Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilland. Heute bin ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Für die Leute, die nicht wissen, was das für eine Videoreihe ist, da möchte ich euch so ein bisschen zeigen, was ich so über die letzte Zeit, in dem Fall sind es glaube ich fast zwei Monate, so in WoW gesammelt habe, beziehungsweise wie der aktuelle Stand aussieht. Bevor wir rein starten, kleine Disclaimer am Anfang. Zwei Sachen sind vielleicht relevant zu erwähnen. Das erste ist, ich versuche die Folge diesmal ein bisschen kürzer zu halten. Die letzte, vor knapp zwei Monaten, war 50 Minuten lang und ja, deswegen werde ich auf einige Sachen vielleicht nicht ganz im Detail eingehen. Es hat sich aber jetzt nicht so ganz viel geändert, deswegen, falls euch diese Detailsachen interessieren, dann müsst ihr die letzte Folge angucken. Da bin ich wesentlich mehr aufs Detail gegangen und diese versuche ich, das wird eh nicht klappen, aber ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten. Und das zweite ist, einige Videoreihen, die ich aktuell am Laufen habe, wo ich so ein Opening-Video rein habe, werden halt hier ein bisschen vorgespoilert, weil ich habe einiges voraufgenommen und hier zeige ich halt, wie der aktuelle Stand ist. Das heißt, falls ihr das nicht gespoilert haben wollt, dann es gibt am besten, wenn dann das ganze Video oder gewisse Stellen, da werde ich vielleicht nochmal was dann explizit zu sagen, bloß, dass sie ja so ein bisschen vorgewarnt sind. Im Stream erzähle ich es ja eh, weil ich da auch die Sachen farme, aber bloß, dass es jetzt hier nochmal gesagt ist. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir rein. Wir wollen uns einmal angucken All the Things. Da hat sich einiges getan. Es ist viel mehr geworden. Um es ein bisschen vorzugreifen, das Hauptding liegt halt hier an dem Panda-Mix. Deswegen sind wir auch jetzt hier in Pandaria. Da sind halt so viele Sachen reingekommen. Also fast die Hälfte der Sachen, die mir jetzt noch fehlen, sind aktuell im Panda-Mix dazugekommen. Deswegen ist die Aufnahme jetzt ein bisschen unglücklich. Eigentlich versuche ich es immer, am Ende von dem Content zu machen, dass man so ein bisschen zeigen kann, wie die Reise vom All the Things nach unten gegangen ist. Also, dass man weniger braucht. Jetzt ist natürlich schon der Patch raus. 10, 2, 7 und 2, 6 kam jetzt zwischenzeitlich. Und ja, Panda-Mix hat noch nicht angefangen. Jetzt, wo ich es aufnehme, in zwei Tagen, beziehungsweise morgen soll das Video kommen. Also steht es quasi, wenn ihr das seht, kurz bevor. Und ja, dann wollen wir uns einmal natürlich meine Liste anschauen. Oh, jetzt wird es ein bisschen hell für euch. Und dann natürlich, wie ihr es gewohnt seid, Data for Azeroth. Ich würde sagen, da starten wir durch. Und ja, vielleicht ein, zwei Worte zu den einzelnen Rankings, aber jetzt nicht in die Tiefe. Als allererstes, die Seite heißt Data for Azeroth. Kennen die meisten von euch. Es ist eine Ranking-Seite, kann man auch viel Zeugen nachschauen. Und ja, im World-Rank bin ich immer noch auf Platz 1. Wenn wir jetzt reingucken, aktuell, ja, ziemlich genau 10k Punkte vom Gaulish. Also da hat sich jetzt nicht viel getan vom Verhältnis her. Bei den Achievements bin ich auf 49. Das bin ich schon relativ weit hinten. Liegt aber tatsächlich nur an den Amir-Drasil-Mythic-Kills. Wenn wir mal gucken. Ich bin bei 46.260. Und Platz 1 ist genau 100 Punkte über mir. Und diese 100 Punkte sind quasi genau die neuen Amir-Drasil-Kills plus halt das Meta-Achievement, das man dementsprechend jeden Boss in Mythic gelegt hat. Also tatsächlich fehlen mir nur die Achievements. Es sind natürlich jetzt auch ewig viele Heldentaten über den Panda-Mix reingekommen. Und noch andere Geschichten, die jetzt Season-Heldentaten sind, aber von Sachen, die Punkte bringen, wie ihr seht, sind es tatsächlich die Kills plus dann einmal das Meta-Achievement. Genau. So viel schon mal zu dem. Dann Mounts. Hat sich auch nicht so viel getan. Bin ich ein bisschen nach hinten gefallen. Ich habe jetzt noch nicht die ganzen Season-Belohnungen geholt. Zum Beispiel das Season 4 PvP-Mount. Das zählt ja auch zweifach. Dann das neue für die ganzen, ich nenne es immer noch Fated, aber sie heißen ja Avoke oder Erweckt im Deutschen. Das habe ich mir auch noch nicht geholt. Und, also da ist auch noch Bedarf. Ich war jetzt im Arboros und in Ametrasil HC einmal durch, aber den ersten Raid, also den in Vaults of the Carnet, den habe ich nicht gemacht, weil da Timewalker-Woche war. Und das ging für mich vor, da habe ich nur Timewalker durchgespammt. Werde ich aber in Hartnummer, was zu sagen. Pet bin ich immer noch auf Platz 1. Das passt soweit. Titel aktuell auf 7. Reputations auf 2. Das ist eigentlich auch alles gleich. Rezepte aktuell auf 4. Quests bei 7. Da bin ich ein bisschen abgefallen. Ich habe immer noch nicht die Legendary-Achs bekommen. Und die Evoker, das Evoker-Lagendary, wo sehr, sehr viele Quests offen sind. Das habe ich letztens mal angefangen, war mal einmal im HC drin mit meinem Evoker. Bei der Axt bin ich jetzt, glaube ich, bei 8 Kills. Dann haben wir Toys, bin ich bei 4. Appearance bin ich immer noch bei Platz 1. Und hier unten sind jetzt quasi die Rankings, die keine Punkte geben, die jetzt für mich eher uninteressant sind. Da hat sich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so viel getan. Was dann die Unterschiede waren, kann ich euch kurz auf meinem Sheet einmal zeigen. Also zum letzten Mal. Das letzte Mal war der 18. Dritte 24. Und jetzt haben wir, wo ich es aufnehme, der 14. Fünfte. Also wie gesagt, knapp zwei Monate. Und ja, was hat sich getan? Knapp ein bisschen über 7.000. Und insgesamte Punkte haben wir Plus gemacht. Davon waren es 565 Achievement-Punkte, 17 Mounds sind dazu gekommen, 700 Pets-Score. Also sieben Pets, die auf Max geupgradet wurden. Dann vier Titel, eine Reputation. Die Reputation war übrigens, ich muss nachschauen, diese für einen Plunderstorm tatsächlich. Da wusste ich auch, was für eine Reputation habe ich denn Plus gemacht? Kam ja eigentlich kein richtiger neuer Content in letzter Zeit. Aber ja, das war das. Dann 45 Rezepte. Das waren die neuen aus der vierten Season. Dann 77 Quests. Da waren ein paar verbündeten Völkergeschichten dabei, das ist dazu gekommen. Fünf Toys und 1.121 Appearance. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, an dem ich aktuell arbeite. Und hier sind halt diese Nebengeschichten. Hier der Completion Count. Das ist quasi dasselbe, was hier oben der Score ist. Bloß das alles nur als einen Punkt zählt. Bei dem insgesamten Score ist es ja so, dass es eine Gewichtung gibt, dass jetzt eine Quest 10 Punkte bringt und ein Mount 100. Und hier bringt halt alles einen Punkt. Also da ist natürlich T-Mog von der Gewichtung viel, viel höher. Genau. Dann haben wir ein paar Achievements, ein paar Feast of Strengths. Legacy Achievements gab es keine. Da sind die sieben Pets wieder, die ich vorhin erwähnt habe. Ich habe noch ein paar Alts auf Max Level gespielt. Vier Stück. Oldscore ist auch ein bisschen nach oben gegangen dementsprechend. Und Ehrenlevel und ehrenhafte Kills sind ein bisschen nach oben gegangen. Was richtig runter gegangen ist, sind tatsächlich die, ja, ist der All-the-Things-Score und der All-the-Things-Prozentwert quasi. Also, beziehungsweise der Score ist nach oben gegangen. Ich habe das letzte Mal noch 4.300 Sachen gebraucht. Und warum haben wir jetzt hier, warte mal, das müssen wir gleich mal umformatieren. Das wollen wir nicht auf Standard. Und jetzt bin ich bei 7.936. Ihr habt ja vorhin gerade gesehen, das Hauptsächliche ist MOP oder Panda-Mix, wie das Ding heißt. Und, ja, dann haben wir natürlich die Prozente, sind dementsprechend auch nach unten gegangen. Bevor jetzt das Update kam für 10.27, habe ich noch 3.000, ich weiß nicht, ein paar Zehakte gebraucht. Also, wir sind da schon ein bisschen nach unten gegangen, aber nicht extrem, weil ich jetzt am Ende eigentlich nur noch diese ganzen ätzenden, richtig ätzenden Sachen gefarmt habe, wo ich später nochmal ein bisschen näher drauf eingehe. Genau, also da, wir sind nicht krass viel nach unten gegangen, also keine paar tausend Punkte, aber zumindest waren wir unter 4.000, 3.700 oder sowas, irgendwas in die Richtung. Und ich war fast bei 98% vom Overall-Score, also das ist quasi der IACM, ist das, glaube ich. Können wir aber nach, auch gleich nochmal gucken. Jetzt kam das ganze Panda-Zeug rein und dann mein ganz so schöner Score ist natürlich da ein bisschen die Tonne gewandert. So, das machen wir zu, dann sind wir da auch durch. Das war jetzt ein bisschen schnellerer Ritt, aber, naja. Genau, jetzt gucken wir mal kurz rein. Also, Echifens hatte ich ja was dazu gesagt, ne, also, von wirklichen Punkten ist es eigentlich, sind es nur diese Mythic Raid-Kills. Was natürlich jetzt auch noch dazu kam, sind ein paar Heldentaten für die jeweilige Season, ne, die man ja immer hat. Und dann natürlich auch hier, seht ihr, 147 weitere Heldentaten für den Panda-Mix. Das habe ich ja schon mal alles in einem Video vorgestellt, vor ein paar Monaten, oder vor einem Monat etwa, als man den Panda-Mix mal testen konnte für drei Tage. Und, ja, jetzt, wenn es dann losgeht, werden wir uns die, denke ich mal, farmen und auch die Bronze, die man braucht, um das ganze Zeug zu kaufen. So, das ist jetzt erstmal so ein bisschen das Vorgeplänkel. An Pets, Mounds und Toys hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. Da können wir jetzt auch kurz mal reinschauen. Und zwar bei den Mounds fehlen mir eigentlich jetzt hauptsächlich nur die ganzen Panda-Mix-Geschichten, die hier drin sind. Dieses HC-Mount, das hatte ich ja erwähnt, da fehlt mir der Vault of the Incarnate noch. Ich meine, du musst HC machen, ne, dafür, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob Normal auch reicht. Aber ich mache eh HC. Klar, das Phyrog-Mythic-Mount, das fehlt mir auch noch. Und die aktuellen PvP-Mounts müssen sein. Das andere sind tatsächlich alle aus dem Panda-Remix. Also wirklich sehr, sehr viele. Und das hier ist anscheinend Promotion. Ich schätze mal, das wird noch in der Dings kommen, oder? Im Handelsposten. Zumindest sieht es so aus wie andere Handelsposten-Mounts. Genau. Bei den Pets, da kam, glaube ich, nix. Obwohl doch, da sind auch für Panda-Mix neu. Panda-Mix. Und das ist der verbackte Fisch. Aber da steht Handelsposten jetzt dran. Vielleicht kommt da doch ein Handelsposten. Und Toys bin ich soweit fertig. Aber da gibt es ja auch über den Panda-Mix dann wieder, glaube ich, was, was man quasi holen kann. Diese Mana-Bombe, die mir seit langem fehlt. Genau. Jetzt bin ich gerade überlegen, das hatte ich euch gezeigt. Okay, dann können wir im All the Things einsteigen. Ich habe mir auch hier ein paar Notizen noch gemacht. Ich ziehe das mal rüber in einem anderen Tab von Sachen, die ich erledigt habe. Weil, naja, es ist doch schon wieder teilweise zwei Monate her. Man blendet dann so langsam Sachen aus. Oder ich will jetzt nicht so viel vergessen. Aber wir können jetzt mal so ein bisschen durchgucken, was mir aktuell noch fehlt. Wenn wir als erstes in den Dungeon-Punkte reingehen. Dungeon und Schlachtzüge. Ja, Classic. Fehlt mir immer noch die Gefechtskeule. Die ist aktuell für zwischen 900.000 und 1,3 Millionen drin. Ich hätte sie kaufen sollen, als die mal bei 500.000 Gold war. Ich ärgere mich so ein bisschen. Aber gut, ist halt so. Dann, Bottle ist jetzt noch ein letztes T3-Teil drin. Das ist die Robe. Die sehen wir auch hier unten beim Schwarzmarkt. Vielleicht können wir das gleich ein bisschen vorgreifen. Da ist das letzte T3-Teil. Sonst habe ich wirklich alle anderen T3-Sets komplett. Bis auf diese Hexerrobe. Und Wappenröcke bin ich ja auch aktuell am kaufen, dass ich den Black Market mal wegkriege. Ich habe letztens wieder eins, wo gekauft. Kommt übrigens in meiner anderen Serie, meine Waste-of-Money-Serie. Da werdet ihr das ein bisschen sehen. Und ja, dann hat sich das auch tatsächlich erledigt. Also aktuell kann ich mir von Items, die man im Spiel bekommen kann, tatsächlich nur noch die Gefechtskeule kaufen im Auktionshaus. Und im Schwarzmarkt halt hier die Hexerbrust und die zwei Wappenröcke. Das war's. Sonst sind es natürlich noch removede Items, die mir auch fehlen. Aber viele von denen gibt es auch gar nicht mehr auf irgendwelchen Servern. Und ja, da kann ich euch mal meine Liste zeigen. Das ist quasi die Liste an Items, die ich noch brauche. Hier oben ist halt diese Gefechtskeule. Und das sind halt alles removede Items. Insgesamt sind es jetzt noch 67 Sachen. Die meisten sind aber komplett EU-weit nirgends im Auktionshaus. Und dazu kann ich euch jetzt mal hier WoW-Think zeigen. Und das sind alle Items, die ich noch brauchen kann, die auf der kompletten EU quasi irgendwo im Auktionshaus sind. So ein aktuell 12, das variiert natürlich immer ein bisschen. Hier seht ihr die Gefechtskeule für 900.000 aktuell. Und dann kann man sich natürlich auch noch die anderen Server angucken. Manche Sachen, aber seht ihr diese, sind sogar nur ein einziges Mal auf der kompletten EU drin. Natürlich halt für Preise, ne. Da geht's bei 450k los und geht halt quasi bis Gold Cap. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht nochmal ein bisschen mit den Leuten verhandle. Vielleicht kaufe ich mir nochmal das ein oder andere. Aber viel ist es halt nicht, ne. Was ich mir noch irgendwie über Gold da beschaffen könnte. Genau. Soviel schon mal zu dem Punkt. Dann, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Dann Wottle. Ja genau, das hatte ich gezeigt. Dann Mist of Pandaria. Das sind jetzt hier noch ein paar World-Bosse. Die habe ich jetzt aktuell tatsächlich nicht mehr weitergefarmt. Weil jetzt kommt der Panda-Mix. Du kannst sehr viele Items über diese Bronze kaufen und Assembles kriegen. Und ich vermute, dass da einige der Items in den Assembles drin sein werden. Deswegen habe ich diesen Panda-World-Boss aktuell auf Eis gelegt. Weil es ja keinen Sinn macht, die jetzt hardcore zu farmen. Das ist richtiger Rotz. Also ich habe die über Monate gefarmt, die Sachen. Und teilweise über Monate nichts gekriegt. Obwohl ich es mit vielen Shards gefarmt habe. Und jetzt dachte ich mir, komm, das legst du auf Eis. Die Chance ist hoch, dass man es über dieses Assembles, die quasi die IDs bekommt. Weil das auch die Items sind, die dasselbe aussehen, wie die Raid-Sachen haben. Und was jetzt hier noch drin ist, das sind jetzt die ganzen neuen Panda-Mix-Echiefings. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass die jetzt hier einsortiert sind. Die sind, glaube ich, gedoppelt. Also sowohl in diesem großen Panda-Mix-Ding sind die drin. Ja, seht ihr, da hat man auch die Achievements jetzt zum Teil drin. Hier zumindest die Geschichten. Und hier dann auch nochmal. Also ich weiß jetzt auch nicht zu 100 Prozent, aber gut. Die haben sich halt entschieden, dass das quasi hier noch mit reinbastelt. Also das sind halt die ganzen Erfolge quasi in MOP. Heißt, vor Shadowlands fehlt mir eigentlich nur diese beiden Sachen, die ich kaufen kann. Und die Panda-World-Bosse, die aber jetzt wahrscheinlich mit dem Dings kommen. Shadowlands-Raids habe ich nicht angelangt bis jetzt. Es ist bekannt geworden, dass mit einem Pre-Patch quasi Legacy-Loot-Modus in den Shadowlands-Raids kommt. Aktuell ist es ja so, ich könnte wahrscheinlich in den einen oder anderen Shadowlands-Raid reingehen, alleine sogar ein paar Bosse killen oder sogar mit drei Leuten oder so, geht es anscheinend mit dem aktuellen Gear, dass man da Easy-Bosse umhauen kann. Das Problem ist, es würde dann kein Loot bis vielleicht mal maximal jede paar Bosse ein Item droppen, weil der Loot generiert wird mit der Anzahl an Spielern. Also für fünf Leute droppt halt ein Item, für zehn Leute droppen halt zwei Items. Wenn du alleine reingehst, schaut es halt schon mal schlecht aus. Und später ist es dann so, wenn du alleine reingehst, Legacy-Loot-Modus ist, kriegst du halt den Loot für 20 oder 25 Leuten, selbst wenn du es alleine machen würdest. Deswegen macht es aktuell noch nicht so den Sinn. Und in den Dragonflight-Raids habe ich jetzt angefangen, die LFRs zu farmen, denn jetzt in der vierten Season sind ja alle Raids wieder aktiv. Und es ist so, dass du mit dem LFR, mit Drachenwappen, die Sachen auf Normal upgraden kannst. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, ich habe, wie eingangs erwähnt, die erste Woche geskippt von der Season 4, weil da war Timewalker-Woche und das war für mich relevanter, denn diese Timewalker-Rotationen sind teilweise bis zu vier Monate. Also wenn du eine bestimmte Timewalker-Art brauchst, wie zum Beispiel Burning Crusade, dann dauert es vier Monate, bis die wiederkommt. Heißt, für die eine Woche, dann habe ich alles andere auf Eis gelegt. Deswegen Gewölbe habe ich nicht viel gemacht, aber aus dem Vault, also nicht Vault der Encarnates, sondern halt den Great Vault, wo man halt den Weekly Loot rauskriegt, da habe ich ein paar Items bekommen. Und wenn wir jetzt gucken, im Schlagzugsbrowser bin ich schon bei 54% und im Normal schon bei 85% von dem Raid tatsächlich. Aberos hatte ich dann mehr Zeit, das war dann quasi die Woche, wo kein Timewalker war. Da bin ich schon bei 91% im LFR und bei 93% im Normal. Also seht ihr, da habe ich Normal und HC schon echt gut vorangefarmt. Und jetzt diese Woche war quasi ein Mithrasil erweckt und da habe ich noch mehr reingehustelt. Und da bin ich jetzt im LFR bei 98%, seht ihr, mir fehlen nur noch drei Items quasi, die ich holen muss. Und im Normal fehlen mir auch noch drei Items. Das sind aber zu blöder Weise nicht 100% die gleichen. Genau. Und ich habe ein bisschen das Problem, dass, glaube ich, eins von den Items hier ein Season-3-Item ist. Die Tearsets haben nämlich von Season 4 und Season 3 andere IDs. Sie sind vier Tearsets, haben komplett neue IDs. Und es droppen jetzt, wenn du in Nicht-Erweckt reingehst, die alten Sets und wenn du in Erweckt reingehst, die neuen. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel Nicht-Erweckt LFR queuen würde, dann könnte ich diese Sachen aus dem LFR nicht auf Normal upgraden, weil das ja ausgegraut ist. Und wahrscheinlich wird auch kein LFR aufgehen. Also ich müsste mal testen, aber ich denke mal, die Leute gehen halt nur das, was Erweckt ist und was das aktuelle Gear bringt. Aber theoretisch könnte man wahrscheinlich irgendwie so noch farmen, indem man versucht, in den unerweckten Raid reinzugehen und quasi die alten Tearsets zu farmen. Aber da sieht es gut aus. Ich habe die Woche auch schon mit sehr vielen Chars quasi den LFR durch. Ich kann es euch mal einblenden. Also das sind halt Charaktere. Und ich habe halt dann immer geguckt, dass ich mir ein bisschen aufschreibe, welchen Teil ich gemacht habe, wie viele Bosse. Und sehe, wie viele Bosse ich dann insgesamt gelegt habe, dass ich sehe, okay, habe ich genug für einen Vault. Und gegen Ende, wo ich kaum noch Loot brauchte, habe ich einfach nur den Vault immer voll gemacht. Denn der Vault gibt ja halt den Loot aus allen drei Raids. Ich habe jetzt zum Beispiel 526 LFR-Bosse die Woche getötet. Und ja, ich hätte es wahrscheinlich sogar noch mit ein paar mehr gemacht. Aber ich muss jedes Mal meine Chars gieren, weil du brauchst 4,63, um einen LFR quasi anmelden zu können. Und du musst halt erst mal Chars gieren über diese Weekly-Quest, wo man dann immer diese Aufgaben erfüllen kann. Da geht es eigentlich ganz gut mit. Und dann kannst du erst queuen. Und meine Chars sind natürlich jetzt mit Season Start noch nicht alle 4,63. Aber einige habe ich jetzt, glaube ich, schon über 60 habe ich auf dem Item-Level und kann mit denen auf jeden Fall queuen. Ich mache das natürlich mit mehreren Accounts parallel. Funktioniert tatsächlich relativ gut. Genau. Soviel jetzt hier zum Raid. Das ist auch das, was ich hauptsächlich aktuell farme, die LFR-Dinger. Schon ein bisschen Todesgrind. Teilweise hätte ich auch gerne ein bisschen Abwechslung. Aber ich habe sonst ehrlich gesagt, aktuell nicht viel anderes zu tun, als das tatsächlich zu farmen. Jetzt mit dem Panda-Mix sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir ein bisschen Abwechslung. Und ja, tatsächlich freue ich mich da tatsächlich auch ein bisschen drauf. Gut. Okay. Also das ist soweit das mit den Dungeons. Da ist großteils halt LFR und dann über Upgrade-Normal das Target. Und dann können wir reinschauen. Oder warte mal, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich ziehe es bloß kurz rüber, dass ihr nicht so weggeblendet werdet. Was habe ich mir aufgeschrieben? Ah ja, genau. Ich habe zwei Sachen rausgekriegt. Und zwar einmal Burning Crusade war ja hier noch drin, wegen so einem Beschwörboss über Timewalker. Und ich habe ziemlich viel Burning Crusade Timewalker gemacht. Und dementsprechend ist das rausgeflogen. Aber da gehen wir jetzt nachher gleich nochmal ein, wenn ich soweit bei den Punkten bin. Und ich habe auch WOD rausbekommen. Da hatten wir ja noch vier Items, glaube ich, beim letzten Mal gefehlt. Und dann habe ich vier von den Warforged-IDs. Und um jetzt vielleicht das ein bisschen aufzulösen. Ich habe am Ende für die letzten 20 Items aus WOD, habe ich 1300 und ein paar zerhackte Runs gebraucht. Also 1320, 40, 50, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall über 1300 Runs für die letzten 20 Items. Und ihr könnt euch ausmalen, das war ein Todesgrind. Also das war eins von diesen richtig beschissenen Sachen, die natürlich sehr, sehr viel Zeit gekostet haben, für wenige Effekte. Das waren 20 T-Mock-Items. Und da sind, also ich will gar nicht ausreden, wie viel Zeit da draufgegangen ist. Aber man will es halt fertig kriegen. Genau. Und für das Burning Crusade-Gegrind ist auch sehr viel Zeit draufgegangen. Vielleicht greifen wir es kurz vor, wenn ihr hier auf Timewalker geht. Ich habe die Burning Crusade-Dungeons, diese Woche, deswegen war ich ja auch in der ersten Woche von der Season.net in was anderem aktiv, habe ich halt die Dungeons tot gegrindet. Und da fehlen mir jetzt tatsächlich auch nur noch drei Items. Und ich bin aber sehr viele Runs gelaufen. Ich habe dann auch in der Woche Black Temple mit allen 140 Charts, die ich habe auf Max-Level, bin ich einmal zu Illidan rein. Da kann man einen Skip-Run machen, wenn man sich eine ID besorgt. Und kann halt immer nur Illidan töten und den Beutel bekommen. Und ja, dafür, dass ich jetzt quasi immer nur Illidan, umgeboxt habe, habe ich hier auch schon den Black Temple Timewalker. Also das sind quasi eigene IDs in dem Timewalker-Event. Schon 68 Prozent. Und über diese Kiste, naja gut, da haben wir erst irgendwie 16, obwohl ich 140 Kisten aufgemacht habe. Also das scheint der größte Kack zu sein. Das einzige Gute ist, in diesen Kisten kann halt, so scheint es mir, jeglicher Loot drin sein, der bei den Bossen droppt. Und du kriegst halt immer ein fixes Item. Weil der Black Temple Timewalker ist ja wie ein LFR-Modus. Du kriegst einen Boss und das kann halt sein, dass du ein Item kriegst oder du kriegst halt nichts. Das kann sein, dass du alle Bosse kriegst, du kriegst halt gar nichts. Da kannst du halt nicht gezielt Tiermock farmen und du kannst es auch nicht abwarten, dass es irgendwann Solo machbar ist, weil es ja immer dich runterskaliert. Also das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Und selbst wenn du Solo machen würdest, dann hättest du wieder das Problem, dass es kein Legacy-Loot-Modus ist und dass du kein Gear kriegst. Also ja, schwierig. Schwierig. Naja, so viel dazu. Ähm, genau. Jetzt gucken wir mal bei den Außengebieten rein. Ähm, da habe ich jetzt aktuell noch vier Expansions offen. Burning Crusade ist einfach ein Bug. Da wird ein graues Rezept quasi angezeigt. Habe ich im All-of-Things-Discord schon gemeldet, wird anscheinend jetzt gefixt und rausgenommen. Also das ist halt irgendwie ein fehlerhaftes Item. Dann Pandaria sind halt nur diese neuen Pandaria-Mix-Achiefen. Also da sind halt alle möglichen Sachen wieder drin, ne, dass man halt Rare-Skillten muss und Gebiete erkunden und solche Zeug. Das ist halt hier auch nochmal drin. Ich hätte es persönlich besser gefunden, wenn sie das alles einfach unter diese Pandaria-Mix-Dings drin gelassen hätten. Dann ist es ein bisschen übersichtlicher, aber gut, so ist es. Ähm, dann was rausgeflogen ist, ist Argus. Da hatte ich ja diese zwei Zauberstäbe noch gefarmt. Da habe ich auch verdammt viel Zeit für diese zwei Kack-Zauberstäbe. Die sind beide gedroppt. Vielleicht, äh, ein kleiner, für die, die die auch farmen, äh, wo waren das? Warte mal, hier, Kulturas? Ne, halt, stopp. Wir müssen hier hin, Argus. Wo ich die gekriegt habe. Und zwar hier oben, da sind Mobs, die haben einen Hyper-Spawn. Also, da sind 30, 35 Mobs oder 40 vielleicht. Und wenn, wenn genug von denen tot sind, spawnen die instant wieder. Und wenn du jetzt ein paar Leute hast, die da die Mobs killen, dann hast du durchgehend spawnen die. Dann kannst du richtig schnell die Viecher töten. Und die können die droppen, wie halt alle von diesen humanoiden, ähm, Eredari-Mobs. Wir haben ein paar tausend gekillt und irgendwann sind sie beide, wo ich eigentlich schon ins Bett gehen wollte, relativ schnell hintereinander gedroppt. Ne, also wir haben ewig gefarmt und dann sind die relativ schnell hintereinander gedroppt, beide. Also, da habe ich sie gekriegt. Ich habe aber in dem Raid gefarmt an allen möglichen anderen Spots über Stunden. Also, da ging halt auch wieder für zwei Items extrem Zeit drauf. Aber, naja, die haben wir jetzt tatsächlich auch weg. Und, ähm, dann gucken wir mal weiter. Was ist jetzt hier noch drin? Ja, genau, diese verbuggte PvP-Assemble. Sie haben zumindest die anderen Assembles gefixt, ähm, wo nur noch ein Umhang drin war. Die haben sie jetzt rausgenommen. Das hier, ähm, seht ihr, steht dran, bereits bekannt. Also, ich kann es nicht kaufen, aber im All-O-Things-Tractor mir fehlen alle IDs aus dem Teil. Also, keine Ahnung. Da hat Blizzard wieder wahrscheinlich jedes Aussehen, drei, von jedem Aussehen drei IDs oder so. Und ich habe halt irgendwie zwei wahrscheinlich. Und die einen IDs habe ich alle nicht. Aber ich kann das Ding nicht kaufen, weil ich quasi, oder ich kann es schon kaufen und ich kann es nicht einsetzen, ne, weil bereits bekannt dran steht. Das ist halt dieser typische Assemble-Bug, wo du dann halt nicht an die IDs rankommst. Ja, und das andere ist jetzt, die haben den Schöpfungskatalysator, also wo du da ein Gear reinpacken kannst und es zu Tiergear machen kannst. Den haben sie jetzt, äh, quasi, glaube ich, aus dem Raid-Tab raus und haben den jetzt hier unter die Außenbereiche gemacht. Finde ich persönlich nicht sinnig. Ich hätte ihn lieber unter dem Raid, weil die ganzen Sachen bekommst ja alle im Raid und tust ihn dann halt über den Katalysator upgraden. Also, gut, jetzt ist das halt bei den Außenbereichen drin. Und in, ähm, auf den Dracheninseln, ähm, habe ich jetzt hier diese Kisten, die ich aber schon mal aufgemacht habe. Äh, ist aber im All-of-Things auch schon gemeldet, wird auch entfernt. Das ist ein Bug. Dann, ähm, in Waldracken sind jetzt halt diese neuen Items, die du über diese Bronzebahn kaufen kannst. Da habe ich schon einige gefarmt und, ähm, ich könnte mir wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte von den Items kaufen. Ich spare die jetzt aber noch alle und kaufe mir die dann, ähm, am, ähm, Richtung Ende von der Season. Denn du kannst mit den, mit diesen Baren nicht nur diese 229 T-Mock-Teile kaufen, ne, wo es immer ein Baren kostet, sondern du kannst ja auch Gear-Items kaufen. Und diese Gear-Items, ähm, die kannst du upgraden von Normal auf, ähm, bis auf HC-Item-Level. Und jetzt ist es so, dass ich mir vielleicht mit dem einen oder anderen Twink, wenn ich irgendwann mit dem LFR-Gefarmel fertig bin, mit denen vielleicht auch mal HC gehe und ein bisschen M-Plus mache, unter anderem, um halt auch, äh, die Season 4 Set-IDs zu kriegen, also T-Set-IDs, weil das ja neue sind, da muss ich eben paar Marken farmen. Und dann kann ich in dem Zuge, ähm, mit denen zum Beispiel mit einem Priester, ähm, alle Stäbe kaufen und die dann halt alle upgraden auf Mythic-Item-Level, ne, wenn ich die Marken farme. Und dass ich jetzt nicht, ähm, schon die ganzen Marken, weil die ja, ähm, wöchentlich man immer nur eine bekommt, raushau und ich jetzt nur nicht weiß, mit welchem Char ich dann irgendwann später in der Season vielleicht noch ein bisschen Endgame spiele, ähm, lasse ich jetzt mit allen Chars erstmal die Marken und, ähm, mit den Chars, wo ich dann halt quasi die, ähm, Aspect-Wappen mir dann hole, mit denen werde ich dann quasi keine so T-Mock-Teile kaufen, sondern die Waffen und die upgrade. Das wird vielleicht der eine oder andere sagen, die Waffen sind ja die gleichen wie diese Teile und ich könnte mir auch einfach alle kosmetischen kaufen. Ich hab das aber nachgeguckt, diese ganzen kosmetischen Waffen, die ja im Endeffekt alle Raid-Waffen sind, haben alle neue IDs. Also das sind alles komplett neue IDs und diese Waffen haben dieselbe ID, die in dem Raid an sich droppt. Heißt, wenn du die alle hier kaufst, hast du trotzdem nicht die IDs, die im Raid droppen. Keine Ahnung, Werbe Blizzard dachte, das ist eine gute ID, aber im Endeffekt, wenn du alles haben willst, musst du die Dinger kaufen und du musst die normalen Waffen kaufen, die halt droppen und kannst dir die halt mit upgraden. Theoretisch kannst du sagen, du lässt es und farmst es irgendwann nächste Expansion, aber wenn ich jetzt halt einmal eine Waffe kaufen kann für Normal, die auf HC und dann auf Mythic nur upgraden muss oder kann, das ist natürlich schon verlockend, dass du dann ein Ding kaufst und die ganzen Geschichten hast. Hier LFR habe ich ja eh schon über meinen ganzen LFR gegrindet, nur um es so ein bisschen noch zu erläutern. Dann verbotene Insel. Mir fehlt immer noch das Manuskript von dem Achievement hier. Ich habe ein Ticket offen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ein Video zum Blizzard Kundensupport mache. Es ist jetzt ein Monat offen. Ich kriege seit einem Monat dieselbe Standardantwort. Ich soll doch bitte mal auf der Support-Seite schauen oder WoW-Head-Kommentare und Konsorten. Kriege ich dieselbe Ding. Das ist einfach mal ein Skript, das ich eigentlich kriegen müsste für den Chief. Und da kann weder WoW-Head was machen, noch ihr Support-Artikel. Das kann halt nur einen GM dir herstellen. Oder Blizzard dir halt per Post schicken. Oder halt automatisch alles abgeschlossen. Da kannst du nichts machen. Da kannst du dich aus dem Kopf stellen. Aber der Support ist halt ein Witz. Langsam wird es echt lächerlich. Muss ich echt sagen. Einfach nur witzlos. Ich will gar nicht davon reden, dass seit eineinhalb Monaten ein Char von mir feststeckt und die Charakterwiederherstellung jedes Mal einen Fehler schmeißt. Und Blizzard sogar sagt, an ihrem Ende gibt es ein Problem und deswegen kann ich die Charakter-Gegen-Wiederherstellung nicht benutzen. Und wenn ich auf dem Char einlogge, kriege ich sofort wieder einen Disconnect und fliege raus. Also der Char ist jetzt seit eineinhalb Monaten nicht benutzbar. Und die Charakter-Wiederherstellung crasht auch jedes Mal. Also einfach nur ein Witz. Zum Glück habe ich genug Chars und brauche den nicht unbedingt. Aber es ist halt trotzdem bezeichnend, was da schiefläuft. Genau. Und dann, sonst habe ich jetzt hier noch die Zara Leköhle, diese Elite-Set-Teile, wo du einmal durch musst. Ich bin jetzt mit Mivoka einmal durch Abaros HC gelaufen, wo es nicht erweckt war. Und wo es nicht erweckt war, habe ich tatsächlich quasi das Achievement aus Season 2 bekommen und ein Token, das ich so ein Ding kaufen kann. Also du müsstest halt für jedes einzelne Item, müsstest du einmal Abaros HC machen, wenn es nicht erweckt ist, also von vorne bis hinten durch, und kriegst ein Teil. Aber das kannst du nur einmal mit einem Char machen, weil es ja eine Heldentat ist. Heißt, ich bräuchte halt jetzt 57 Chars. Die habe ich theoretisch und müsste halt immer einmal durcheiern. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch in Dragonflight mache oder ob ich das nicht in der nächsten Expansion dann irgendwann angehe. Ja, muss man mal gucken. Aber es geht theoretisch aktuell noch. Wenn es erweckt ist, kriegst du es nicht. Ich bin nämlich im Main durchgeflitzt und habe bei einem Gilden Run, da haben die noch Leute gebraucht, die einfach nur Twings reinhauen für mehr Loot-ID, die halt auf den Loot passen. Aber da habe ich noch einen Twink mitgezogen, einfach auf Follow. Und der hat aber immer weckt. Der war vorher nicht in Arboros jemals drin. Der hat immer weckt, gab es die Heldentat nicht aus diesen zwei, nur im Unerweckt. Also auch interessant. Weil ich habe mir schon gedacht, haben sie das jetzt mit der vierten Season rausgeschmissen? Nee, es geht tatsächlich immer noch. Genau, das sind jetzt soweit die Außenbereiche. Dann, was zwischenzeitlich rausgeflogen ist, sind die World Drops. Da hat mir noch ein Item gefehlt. Und zwar, das waren so Troll-Kettenschuhe. Den habe ich mittlerweile bekommen. Das war auch ein Giga-Grind. Das waren so aus Legion. Habe ich endlich gekriegt. Ja gut, die Chiefments haben wir uns vorher schon angeguckt. Da sind ja hauptsächlich noch dieses Panda-Mix-Zeug drin und die Season-Sachen. Und ja, jetzt können wir noch zu den Erweiterungsfeatures schauen. Ja, da kommt jetzt der Spoiler-Teil. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann jetzt abschalten. Ähm, also, das Erste, was wir haben, ist Mist of Pandaria-Scenarios. Da habe ich eine Videoreihe. Mir fehlen immer noch 51 Sachen. Ich habe jetzt aber schon seit einem Monat keine neuen Folgen mehr aufgenommen. Denn, seit Panda-Mix raus ist, ist bekannt, dass theoretisch über die Set-Teile auch es wahrscheinlich die Szenario-Sets gibt und die IDs da mit drin sind. Jetzt ist halt bloß die Frage, ob ich diese Teile benutzen kann, weil es steht halt, oder es wird sehr vermutet, dass es denselben Bug mit den Assembles halt gibt, wenn du das Aussehen hast, aber die IDs nicht alle, dann kannst du die Assemblen nicht benutzen. Es ist, auf dem PTR, wo man das testen konnte, gab es beim Panda-Mix folgende Geschichte. Du konntest jetzt die Set-Tokens für zum Beispiel Leder-Set nicht nur mit einem Leder-Char kaufen und benutzen, sondern auch mit den anderen Rüstungsklassen. Mit einem Leder-Char, wenn du die Aussehen hattest und neue IDs gefehlt haben, stand dran, bereits bekannt, konntest nicht einsetzen, zonk, kriegst du nicht. Du konntest es aber mit einem Platten-Char dann lernen, weil da stand dann nicht bereits bekannt dran, hast die IDs gekriegt. Wenn Blizzard das nicht fixt oder das vielleicht auch Intended ist, wäre ja sehr wünschenswert, weil das wird das Problem mit den IDs und den Assembles fixen, dann könnte man die lernen. Wenn sie das natürlich als Bug ansehen und fixen, dann sind wir angeschmiert und dann bin ich richtig angeschmiert, weil dann werde ich den größten Teil von diesen 3000 Sachen, die All the Things bis jetzt hier eingetragen hat, das sind wahrscheinlich sogar noch mehr, nicht bekommen können und das wäre dann richtig bitter. Genau, und dann halt auch das Szenario-Ding nicht. Aber deswegen habe ich das jetzt nicht weiter gemacht, weil es höchstwahrscheinlich, so wie bei den World-Bossen, man das halt hier über die Barren mitbekommt. Dann in Wallots of Draenor bin ich an zwei Sachen noch dran und zwar einmal diesen Missing Garnisions-Tisch-Loot, da habe ich ja meine Stufe 20 Chars mir alle erstellt und quasi jeden Follower, wie es hier steht, einen Follower auf 33, 32 und so weiter, auf jedem Level einmal, mache ich seit Monaten, aber die letzten Teile, die wollen einfach nicht. Also ich kenne einen, der macht das seit Anfang Dragonflight und hat auch noch nicht alle, also wirklich seit fast zwei Jahren zieht er das durch oder eineinhalb. Also das ist eines der dreckigsten Sachen überhaupt, vor allem die Chars erst mal so weit vorbereitet zu bereiten, aber das ist soweit hier der Stand und wieder eine Opening-Reihe von mir mit den großen Kopfgeldbelohnungen, da fehlt mir jetzt noch der Umhang. Das ist so das letzte Teil. Und Battle for Azeroth sind noch die zwei verpackten Quests drin, oder was heißt verpackt, das sind halt Bradcrum-Quests einmal pro Account machbar und da habe ich mich halt outgeloggt. Ich habe halt in BFA die Folgequests gemacht, ohne die Bradcrum-Quests mitzunehmen, die halt aufploppen und die kann ich nicht mehr machen. Also die haben mich ausgeloggt. Hier der Runaway aus dem All-the-Things-Discord ist da aber aktuell dran. Also ich habe wegen einigen Sachen da ein paar Threads aufgemacht, ein bisschen rumgenervt, ja, halt die Leute, die da dran arbeiten und so langsam fixen sie so das eine oder andere, was ich haben will, aber das ist halt für die immer auch viel Arbeit, sich da reinzufixen für so Einzelprobleme von mir, ne. Da bin ich mir echt dankbar, dass die es machen und da ist anscheinend gerade jemand dran. Ein anderes Problem mit den Secrets of Azeroth, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, seht ihr, das ist unten rausgeflogen. Das wurde schon gefixt, da habe ich nämlich ein ähnliches Problem gehabt. Genau. Und ja, dann, ähm, genau, das ist eigentlich das hier, was da noch fehlt. Und sonst, Shadowlands sind es eigentlich nur die Raid-Sachen, das sind alles, wie ihr seht, die Waffen, die man über diese Anima-Kügelchen eintauschen kann, die man eigentlich hier aus, äh, Kassel-Nathria kriegt. Heißt, dieser komplette Punkt hier, diese 244 Sachen, sind eigentlich alles Waffen aus Kassel-Nathria. Ne, das gehört eigentlich da dazu. Und, äh, in BFA, ähm, sind es, äh, BFA sag ich, Dragonflights, sind es jetzt eigentlich, also das sind lauter so einzelne Quests, da muss ich mal noch gucken, ob ich die kriegen kann. Die ist jetzt nur drin, Achievement, dass das ganze Gear-Upgrade ist. Ähm, da muss ich mal gucken. Ich bin jetzt bei 5, 13, ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, drei Abende oder dreieinhalb Abende ins Gear reingesteckt und habe M-Plus gemacht. Ich glaube, viel weniger M-Plus als, ähm, ich kann man die Season gar nicht machen. Ich habe, glaube ich, jeden Key zweimal gelaufen oder, wo ist denn das, warte mal, wo ist denn das jetzt drin? Hier. Und habe halt mein Season-Ding fertig gemacht, ne. Habe so wirkliches Minimum, aber es ging echt gut. Also ich habe das, die Season gleich am Anfang oder halt in der zweiten Woche, zweite, dritte Woche habe ich jetzt selber die Keys random gemacht. Die Season ist relativ einfach, muss ich sagen. Und habe auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Gear, muss ich gestehen. Boah, aber wirklich nett, dass ich jetzt ewig viele Abzeichen gefahren habe. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe gerade mal 186 Abzeichen von jetzt in der Woche von 480, ne. Wirkliches Minimum an Zeit da rein investiert und war eigentlich hauptsächlich im LFR für T-Mog Farmer. Dafür habe ich schon halbwegs einständiges Gear. Bringt mir jetzt aber eigentlich auch nichts. Jetzt werde ich jede Woche noch eine im Plus laufen, um das Mythic Set voll zu machen. HC habe ich nämlich tatsächlich schon voll und das kann ich euch nämlich gleich mal zeigen. Ähm, Season 4, ähm, seht ihr, da sind die, sind die kompletten Sets quasi nochmal neu mit den IDs und LFR und Normal bin ich schon komplett durch, ne, da habe ich ja krass reingefarmt. Und HC habe ich jetzt auch schon für den, äh, Druid fertig und Mythic, da fehlen halt noch ein paar Teile, ne. Aber, die kann ich hier wenn dann upgraden oder bekommen die halt dann über, äh, äh, im Plus, immer, mache ich jede Woche einen 10er Key und das war's, was ich noch mache, ne, mit dem, also das, ob der Tides geht oder so, ist ja mir im Endeffekt wurscht, ne, mir geht's ja nur darum, die T-Mock-Sachen mitzunehmen, genau. Äh, sonst sind ein paar Manuskripte drin, der unter anderem der Drache, der da gefehlt hat, OP und halt, ne, das Liebes-Event habe ich ja leider auch nicht gekriegt gehabt, genau, aber sonst ist hier eigentlich nicht viel. Äh, Feiertage, Timewalk habe ich ja vorhin ein bisschen vorgegriffen, ne, äh, Burning Crusade habe ich richtig reingehustelt, da sieht's jetzt dungeon-technisch wirklich sehr gut aus, klar, das nächste Mal, wenn's in drei oder vier Monaten ist, dann muss ich halt wieder die ganzen Raid-Sachen laufen, versuche mir das Restliche zu holen und jetzt nächste Woche ist Wattle, da versuche ich auch nochmal bei den Dungeons und bei den Raids wieder reinzuhusteln, hauptsächlich will ich halt dann auch probieren, dasselbe wie bei Illidan, dass ich halt hier den Skip-Run mache, heißt, ich werde mir eine ID holen, wo wir halt mit einem Chart durchlaufen, alles hauen, bis einschließlich General Wesax und dann mit ihm rausgehen und immer quasi neue Gruppen aufmachen, queuen, dann kannst du direkt so Joxaron-Quest erledigen, einen Boss killen, ne, und dann quasi die auf alle Charts scheren, also das werde ich wieder genauso machen und Dungeons halt verharmen und selbiges dann halt auch nochmal bei Cataclysm. Die kommen jetzt ja alle die nächsten Wochen, sonst, Angel-Wettbewerb ist immer noch drin, da habe ich aber, wie ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, die Schuhe mit dem Main auf der Bank, sobald Warwolf in kommt, sollte ja ich auch die Stoffschuhe lernen können, also da werde ich jetzt nicht nochmal angeln und die Bewebend muss ich halt warten, bis nächstes Jahr, dass ich es mal in das Skript kriege, ne, genau. Dann, äh, Weltereignisse ist halt Pandamix, ne, das wird jetzt nächste Woche starten, ich werde wahrscheinlich, je nachdem, wie es mit den Assembles ist, wenn ich höre, okay, ähm, bei den Assembles, es, es funktioniert, dass man mit einem anderen Charti die, mit dem, die Sachen lernt, dann werde ich wahrscheinlich hauptsächlich Pandamix machen, nicht, dass Blizzard das fixt und ich es dann nicht mehr kriegen kann, wenn das mit den Assembles eh nicht funktioniert, dann werde ich voll Timewalker erstmal durchballern, ne, und ja, dann Promotion, sind halt die Wappenröcke auch nochmal drin und die Ugor Götze, da hat sich auch nichts geändert, PvP hat man jetzt halt von der neuen Season das ganze Zeug, da habe ich jetzt noch nicht viel gemacht bis jetzt, ich habe mir fürs Aspiranten-Gear schon mal ein bisschen Ehre gefarmt, aber ich kaufe mir das dann, ähm, mal gesammelt, wenn ich genug habe, aber da habe ich jetzt auch noch nicht viel gemacht, hergestellte Gegenstände, ähm, da sind halt jetzt noch die Muts drin, hier für das letzte T3-Sache, die könnte ich mir auch craften, und hier für die Legendary, ähm, für die Legendary Evoker beziehungsweise Axt kann man ja Sachen herstellen, das sind halt jeweils First Crafts, die hier noch drin sind, und das VZ-Wappen des verzauberten Würms, das muss ich auch nochmal einmal für irgendeinen Schar bauen, da muss ich mal noch gucken, Charaktere, da ist nichts drin, Handelspost, naja gut, das ist halt jedes Mal von dem neuen Monat, und Schwarzmarkt habe ich euch schon gezeigt, ne, dann sind wir tatsächlich durch, ähm, vielleicht noch so als kleines Resümee, also aktuell, was ihr ja gesehen habt, ne, diese ganzen, ähm, Kack-Sachen habe ich alle rausbekommen, achso, eins noch, zwei, zwei Sachen habe ich vergessen, einmal, was ich erledigt habe, ist ein Punkt gewesen, wo, ähm, diese Random Dungeon-Kisten drin waren, die habe ich einmal Tutti-Completti weggefarmt, ne, wo man quasi einen Sack aus Low-Level-Dungeons bekommt, das war auch ein ziemlicher Kack, weil der Pool da groß ist, wo es verschiedene Expansions laufen, und selbiges war dann auch nochmal bei PvP drin, wo man Low-Level-BGs laufen muss und eine Kiste kriegt und Darkie rausbekommt, und das hat auch richtig lang gedauert, beides, bis ich die Sachen kriege, weil du musst halt immer, äh, dann einen Proc haben für das richtige Dungeon oder richtige BGs im Low-Level, ne, du musst dir halt da extra wieder, also ich habe mir da extra neue Chars quasi für erstellt, für das Ganze, und ja, dann halt ewig viele Dungeons beziehungsweise BGs spielen, um die richtigen Items dann aus den Kisten rauszuziehen, also das war halt auch ein größerer Kack, und was auch ein größerer Kack war, was ich vielleicht nicht gesehen habe, Zinnrock habe ich mir auch gefarmt, habe ich mittlerweile auch schon bekommen, ähm, ein paar Tage bevor quasi die vierte Season gestartet ist, kommen noch die ein oder anderen Videos, und ja, das war auch ein Kack, aber aktuell habe ich, also kann ich tatsächlich wirklich nur hier die LFRs farmen, vielleicht irgendwann die Shadowlands Raids, muss ich mal gucken, wie ich es mache, ob ich es vielleicht doch vor dem Season Start mache, und sonst, ähm, alles andere macht halt aktuell, ähm, wenig Sinn, ne, ich bin dann klar, an solchen Sachen wie in der Garnison bin ich natürlich dran, und Timewalker ist halt leider immer nur, äh, sehr, sehr selten, ne, immer wenn Timewalker Woche ist, dann hasse ich da natürlich rein, und jetzt mit dem Weltereignis, mit dem Panda Mix, da werde ich natürlich auch das ein oder andere an Zeit rein investieren. Mit den, ja, Shadowlands Raids bin ich ein bisschen hin und her am überlegen, man könnte es natürlich dann mit, mit einer Gruppe farmen, aber dann brauchst du halt irgendwie einige Leute, dass du erstmal, äh, genug Drops kriegst, und dann, ähm, musst du es halt doch über, durch viele Leute aufteilen, den Loot, ob es dann nicht sinniger ist, quasi zu warten, bis, ähm, quasi, der Pre-Patch rauskommt, und man dann Legacy-Loot-Modus hat, dann ist es wesentlich effizienter, deswegen versuche ich da jetzt erstmal so ein bisschen, ähm, die Finger wegzulassen, aber mal gucken, was die nächsten Wochen und Monate noch mit sich bringen. Juti, jetzt sind wir doch wieder bei einer relativ, ähm, guten Länge, Alter, schon wieder über 40 Minuten, ich hab's probiert kurz zu halten, hat mal wieder nicht geklappt, aber, naja, ich denk mal, es waren die Informationen drin, die vielleicht interessant für den einen oder anderen Sinn, und ja, dann, ähm, verabschiede ich mich an der Stelle, sollten noch Fragen offen geblieben sein, gerne da mitten in die Kommentare, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, euer Tila, bis dahin, ciao!